Gemeinschaftshauptschule Hürth kenne nicht. Meine Schule, ein Ort voller toller Menschen, ein Ort an dem ich mich wohlfühle. Mein Name ist Maren Fröhlich, ich bin Lehrerin an dieser Schule und ich habe im letzten Jahr mit meinen Schülern den Science Tube Filmwettbewerb gewonnen. Haben Sie Lust, mich kurz in die Schule zu begleiten? Den Alltag als Lehrer kennen Sie selber zu gut. Unterrichtsvorbereitung, Klassenarbeiten, Kopieren, Pausenaufsicht, Unterricht, Gespräche mit Eltern und und und. Ich habe mich richtig gefreut, als der Flyer vom Science Tube Wettbewerb in meine Hände fiel. Da machen wir mit, haben die Jugendlichen signalisiert und wollten am selbst direkt anfangen. Die Schulleitung unterstützte uns. Genau, kriegen wir zusammen mit. Die Technik mit Handy und Schneideprogramm kein Problem. Anmelden und los geht's. Neben den schönen praktischen Berufsfelderfahrungen winken wirklich super Preise. Dass man den Beruf aus einer anderen Perspektive sieht. Ich könnte mir das eventuell für mein weiteres Leben vorstellen. Seit dem Filmprojekt habe ich ein innigeres Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern. Wir haben viel Wertschätzung erfahren und eine Menge dazugelernt. Die Jugendlichen sind selbstbewusster, eigenständiger und verantwortlicher geworden. Auch für mich war es toll, mal aus dem eigenen Trott rauszukommen und über den Tellerrand zu gucken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ihr seht, der Science Tube war ein voller Erfolg. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich anzumelden. Macht mit. Wir brauchen euch.